willkommen zu einer neuen folge pokémon go und fragt nicht was los ist gestern keine raid mania keine keine raid am mittwoch folge kein keine rampenlichtstunde am dienstag ich weiß nicht mal ob das video jetzt rauskommt ob ich das video hochladen kann wie auch immer warum das gerade so ist erfahrt ihr später wenn alles geklärt ist ich merke einfach nur youtube ist komisch ja wie gesagt dazu später jetzt aber kleines infovideos denn gestern abend ist wieder mal der event kalender bekannt geworden und ihr habt schon eine übersicht bekommen was im dezember alles auf uns zukommt da sind ein paar sachen dabei die ich vielleicht gut finde aber andere sachen beate fellner verfolgte ich jetzt danke für dein abo auch wenn die das jetzt nicht sie das ist jetzt nicht live aber trotzdem hat man das so mitbekommen ja egal das sind ein paar sachen dabei die gut finde da sind ein paar sachen dabei die ich recht komisch finde aber um was geht es jetzt ja ihr wisst immer wird diese übersicht bekannt gegeben jeden monat was passiert neues ihr braucht den neuen feldforschungs durchbruch viele leute warten darauf dass endlich wieder legendäre pokémon im feldforschungs durchbruch kommen jetzt ist der neue feldforschungs durchbruch bekannt geworden ab dem ersten dezember 22 uhr heute ist der 26 11 donnerstag gibt es dann zwei pokémon und zwar labras und flampion labras steht also für die nördliche hemisphäre flampion für die südliche da ist nämlich sommer sieht man ja bei uns ist winter irgendwie ich habe das jetzt nicht gerafft irgendwie in einem anderen artikel stand da irgendwas ich weiß jetzt nicht kriegt man jetzt nun beide und das ist zufall oder kommt es darauf an wo man wohnt dass die bei den die im norden kriegen labras die im süden kriegen flampion das wisst ihr bestimmt besser was sagen wir aber erstmal zu den pokémon irgendwie war die ganze zeit flampion als eis also als gala flampion angezeigt ist das gala ist das alola gala gala flampion war angezeigt dieses weiße schnee ding vielleicht ist es nur bei flampion so genau dass ihr also labras und flampion bekommt aber flampion je nachdem ob ihr im warmen oder kalten seid gibt es dann das feuer oder das eis flampion lassen wir so mal im raum stehen so wird es bestimmt sein braucht man jetzt unbedingt labras labras war das letzte pokémon der generation 1 das ich gebrütet habe damals im allerersten halloween event 2016 gab es bei vielen events natürlich auch schon wild gab es in raids hat es einen eigenen raid day wurde als shiny eingeführt zum go face oder zu einer safari zu irgendwas mal danach kurz darauf kam der raid day als shiny braucht man sie jetzt eigentlich nicht als eis angreifer wurde es immer mehr abgeschwächt hat immer mehr wp und kp und alles mögliche verloren ist für die hyperliga meiner meinung nach trotzdem noch sehr nützlich nutze ich zum beispiel meistens in der hyperliga aber kommt auf die attacken jetzt auch an was es mitbringen habt ihr schon ein shiny labras schreibt es mal in die kommentare ich habe eigentlich keinen bedarf keine ahnung flampion ist auf jeden fall ein recht cooles pokémon was auch sehr stark werden kann natürlich ich habe zwar schon was entwickelt ich habe noch keins gemäxt ich habe noch kein richtig gutes gehabt vielleicht jetzt aus dem feldforschungs durchbruch jahr ein hunderter flampion sofort maxen mitnehmen alles ich weiß noch sabrina damals aus einem ei von mir hat gleich zu anfang ein 98er flampion glaube ich bekommen das war auf jeden fall sehr cool so ein 98 hätte ich wahrscheinlich auch direkt gemäxt und entwickelt dann wie sieht es bei den raids aus alle freuen sich ja immer auf den neuen fünfer alle fragen ja was kommt als nächstes was kommt als nächstes was kommt als nächstes und der neue alte raid boss im dezember wird kiurem kiurem wir wissen alle es gibt das schwarze und das weiße kiurem die richtig mega heftig sind aber das normale kiurem in gebückter haltung ist jetzt nicht so die wucht klar ich habe ein hunderter regieram ein hunderter zekrom bekommen damals als hunderter kiurem würde noch fehlen aber es wird wohl nicht als shiny released es kommt also normal wieder zurück und das ist das ja weiß ich nicht so da bin ich ich bin eigentlich nicht so gehypt ich denke dann okay wenn das eh den ganzen monat da ist dann reicht es ja eigentlich jeden tag den täglichen raid zu machen wenn ein gutes dabei ist ist es so wenn ich nicht weil irgendwann kommt es als shiny und dann kannst du ja eben noch mehr raiden für ein gutes und ein shiny das immer meine meinung dazu viele neue spieler werden sagen okay kiurem was ist das habe ich noch gar nicht obwohl kiurem ja gar nicht so alt ist im gegensatz zum sehen trio was jetzt rein gehauen wurde wo ich auch schon nicht gehypt war trotzdem das ewig her war ein jahr ungefähr dass die das letzte mal da waren zurückkamen das haben viele spiele also verpasst alle die vor einem jahr noch nicht gespielt haben oder so keine ahnung die jetzt ist angefangen aber kiurem kiurem war gefühlt doch erst vor ein paar monaten da selbst leute die noch nicht so lange spielen dürften das also eigentlich schon haben wenn man sonst nichts anderes raiden kann raiden will dann macht halt kiurem raids aber es gibt ja auch noch einen zweiten neuankömmling der das mega tourtok vertreibt und das ist mega rex blizzard okay würde ich natürlich es gibt immer noch leute die noch kein mega tourtok entwickelt haben und da noch raids machen müssen ich würde wieder mega rex blizzard natürlich drei vier raids machen für die mega energie damit ich mir ein männliches entwickeln kann damit ich mir ein weibliches entwickeln kann und am besten eins davon ist ein hunderter und das andere ist ein shiny also ein männliches hunder ein weibliches shiny dann habe ich alle einträge im pokédex fertig ich habe mann frau ich habe shiny shiny habt ihr ja eh immer das ist eigentlich das was ich mache ich würde also den ersten raid zeigen und den letzten raid wo ich dann männlich und weiblich entwickel ja ansonsten werde ich mich auch bei rex blizzard nicht wirklich aufhalten wie andere die da erst mal 9000 energie sammeln wollen von jedem pokémon oder war es doch nur 999 ich weiß es gerade nicht aber wie findet ihr rex blizzard sieht auf jeden fall heftig aus vom design her eigentlich ganz cool aber mir gefällt es immer noch nicht mit den mega raids dass man dieses pokémon immer zu reden muss um energie zu sammeln uns dann mal zu entwickeln keine ahnung ich würde das lieber einfach reden um es dann zu fangen so wie es ist und mir direkt schon und direkt so ein gutes hundertprozentiges mega rex blizzard auf der hand zu haben das würde mich auf jeden fall viel mehr freuen also kriuren bin ich jetzt nicht so geflasht labras bin ich auch nicht so geflasht flampion hoffe ich noch auf was gutes mega rex blizzard bringt bisschen abwechslung rein aber ist halt jetzt auch nichts für die dauer aber wir haben ja noch die rampenlicht stunden die auch jedes mal interessant sind am ersten dezember gibt es direkt gleich euro was es natürlich als shiny gibt doppelt entwicklungsep für leute die noch ein bisschen leveln wollen nehmen das auf jeden fall mit ihr habt ja sowieso doppelte fangep oder irgendwas doppelte entwicklungsep gibt es auch dazu in der rampenlicht stunde wer noch kein europe shiny hat nehmen das mit ist ein pokémon kando generation 1 also sowieso eine coole sache dann habt am 8 dezember wiegel doppelten fangen sternen staub da ist der bonus natürlich wieder sehr schön für mich aber quiegel es halten sie die pokémon gibt es natürlich auch als shiny deswegen ja gut lassen wir mal das weg dass es ein sie day hatte ihr kriegt ein shiny pokémon ihr habt doppelt fangsternen staub und mammutel ist einfach ein richtig guter eis angreifer also 8 dezember ist eigentlich eine gute sache weil man mit mammutel mehr macht als mit einem jugon und die doppelte entwicklungsep sind ein kleiner anreiz aber wahrscheinlich ist dann die quiegel stunde doch interessanter als die jugon die europe stunde obwohl das europ shiny seltener ist als das quiegel shiny müsst ihr für euch wieder ausmachen am 15 dezember gibt es dann als überraschung das noch unbekannte pikachu mit abenteuer kappe und doppelten fang doppelte fangbom wenn ihr sowieso die ganze zeit nur pikachus fangt kriegt ihr halt pikachu bonbons hinterher geworfen das finde ich sowieso diese doppelten fangbombs nutzt man in dem moment ja eigentlich nur für dieses rampenlicht pokémon und wenn das eins ist was 50 braucht zum entwickeln naja dann kann man damit auch keine entwicklungssessions großartig machen trotzdem ist überraschung bei manchen steht gar nichts da hier steht überraschung dass pikachu mit abenteuer kappe ist das jetzt neues ja nicht dass sie wieder abenteuer hut was schon mal da war bringen sie noch mal rein dann wäre es für mich mit den doppelten fangbombs und den pokémon an sich komplett uninteressant da fände ich auch europe und quiegel besser vielleicht ist es aber wieder ein neues shiny was dann natürlich auch wieder problematisch ist wenn es das gibt eine stunde lang und ihr müsst wieder komplett abhetzen außer sie bringen danach wieder ein event was eine woche geht mit diesem drin also ich finde bis jetzt immer noch quiegel am besten weil es ein nützliches pokémon ist und wegen dem staub dann nach europe weil es ein seltenes shiny ist und auf platz drei pikachu ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass es schon wieder eine neue abenteuer kappe gibt wie viele abenteuer kappen soll es denn noch geben ich meine abenteuer obwohl das andere war abenteuer hut und abenteuer mütze und dann gibt es abenteuer kappe und dann gibt es abenteuer sternband also abenteuer kopftuch gibt es bestimmt alles irgendwann 22 dezember schnäppke und doppelte verschickt bonbons das kann man natürlich nutzen wenn man noch ein paar legendäre hat dann kann man nämlich eine stunde lang kein einziges schnäpp gefangen weil man eine stunde lang einfach nur die legendären verschickt die man hat schnäppke ist ein cooles shiny hat auch dann zwei entwicklungen zwei verschiedene mit männlich weiblich können oder gucken dass er da was entwickelt und verschickt bonbons sind halt schnäppke es ist natürlich seltener als ein quiegel shiny aber ich glaube insgesamt weil schnäppke trotzdem kein nützliches pokémon ist würde ich immer noch quiegel als beste rampenlichtstunde ansehen und am 29 dezember gibt es schneebedeck mit doppelt entwicklungsep also nochmal doppelt entwicklungsep plus schneebedeck was auch shiny sein kann also sind eigentlich alle pokémon shiny selbst das pikachu egal ob es ein altes oder neues ist denke ich mir ist eh shiny fertig ist jetzt ein bisschen tricky ich würde sagen rex blizzard ist dann cooler als jugon der bonus ist gleich beides als schein ich würde schneebedeck also vor jugon sehen meiner meinung nach also platz eins quiegel dann ja wie ist das jetzt sortiert quiegel dann schneebedeck dann europ dann schnäppke dann pikachu außer es ist ein neues pikachu dann ist das natürlich das beste von allen so wie sieht es bei euch aus freut ihr euch auf irgendwas freut ihr euch nicht keine ahnung was sagt ihr zum feldforschungsdurchbruch lapras flampion braucht ihr was habt ihr schon was sagt ihr zu kyurem habt ihr schon kyurem was ist euer bestes kyurem wie sieht es aus mit mega rex blizzard ich meine deswegen passt ja schneebedeck hier rein wenn ihr noch ein shiny kriegt könnt euch ein shiny mega rex blizzard machen kann man also damit verbinden deswegen sehe ich schneebedeck eben noch ein bisschen sinnvoller und besser an als europ obwohl europ kann doch eigentlich immer die nummer eins sein müsste das aber meine persönliche hitlist für die rampenlicht stunden meine meinung zu den durchbrüchen zu den raidborsen schreibt mal eure meinung unten drunter und mal gucken ob ich dieses video doch irgendwann heute hochladen kann momentan geht es noch nicht vielleicht im laufe des tages so wie es da weitergeht das erfahrt ihr demnächst das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses